Wirst du vom Let's Player Verband, vom Internationalen, wirst du dann gebannt für drei Jahre. Genau, so ist das. Wegen irgendwie, äh, weiß ich nicht, du hast gedopt und so. Das Übliche. Doping für die Haare. Nur für die Haare. Das wäre eigentlich ein guter Titel für Dieter Nur. Für ein neues Programm. Nur für die Haare. Ja, wenn er Friseur wird oder so. Ja, genau. Oder wenn er zusammen mit dem Bülentschelern oder was machen würde. Nur für die Haare. Ich stehe ja so schön im Laden vorne dran. Nur für die Haare. Geil. Oder er bringt, ne, er bringt so ein Haarshampoo raus. Und da steht er drauf. Nur für die Haare. Das ist ja eigentlich geil. Oder? Wenn er halt irgendwie den parodiert, dann ist das alles nur geklaut. Oh. 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 Meine Nase läuft. Oh. Weiß ich nicht. Nach unten. Halt sie fest. Bisher fast schon wie Dennis, Herrmann. Bei dem juckt die ja immer. Ja, gut, aber ja. Aber Jule läuft sie. Immer. Läuft Jule. Komischerweise, beim Aufnehmen juckt mir nie was. Okay. Ja. Ja. Den kennen wir noch, ne? Mach sie plat. Hol sie dir alle. Haben wir da Needleman gemacht? Frag mich doch nicht so was. Oder Spark. Das war doch der mit Spark. Das war der mit Spark, oder nicht? Der Spacken. Ich glaub schon. Ja, genau. Ja. Wie, wie? Kann Mut löpt. Dass sie aber auch aus der Luft rausschießen, ist doch schon fies, ist das. Die verändern ihre Taktik, wenn sie eine gewisse Energiebarriere unterschritten haben, ne? Hm. Irgendwie so. Schon gut gemacht. Schieß doch drauf, Jule. Ach, du hast ja noch nen Tank. Ja. Ja. Cool. Use it. Dann use it. So wie bei Resident Evil Outbreak. Dann use it. Dann use it. Weißt du noch? Dann wär ich jetzt tot gewesen. Geil find ich auch dieses Hallo. 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 Das ist richtig Hallo. Geht's doch. Jetzt müssen wir nochmal mit der Steffi noch die Tage mal gucken. Ja, das wollt sie gerne gucken. Vielleicht ist das Freitagszeit oder so? Ja, könnte sein. Ja, dann frag ich sie nachher mal. Ich schreib nachher eh noch n bisschen mit ihr. Ich bin hier schon mal. Ach du heilige Scheiße. Was denn? Musst du da fliegen? Was ist going on? Es sind überall Spikes. Musst du fliegen hoch? Nee. Instant Death Spikes nach unten. Ja, ja, gut. Gut. Oh, nee. Und links. Das Gute ist ja, weil das Bild ja überladen muss, kann man eigentlich noch gut reagieren. Ja, schon. Ich hab den doch besiegt. Ja, hast du. Was alles. Warum ist denn danach jetzt kein fucking... Ach man. Das wird doch echt viel. Dave ist wieder so leise. Ich hab aber nichts. Ich ändere da aber doch nichts. Ich sitze hier ganz normal. Aber später ist er ja wieder laut, wenn du es zusammenschneidest. Ich mach aber doch nichts. Ich mach aber doch nichts. Oder Moment. Haha. Ich glaub, ich könnte mir vorstellen, woran das vielleicht liegt. Und zwar kannst du bei Skype ja sagen, äh, Mikrofon P. Haha. Genau. Automatische Mikrofoneinstellung aktivieren. Heißt das P. H. 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 Ich freue mich schon voll auf Alien, wir kommen nämlich endlich gerade weiter. Ja, aber ich freue mich auch schon drauf. Könnte nicht jetzt schon Donnerstag sein. Oh, ich glaube da war eine Lücke, Juni. Ja, das war aber extra, weil meine ganzen Schießdinger jetzt leer sind und so. Die Schießdinger. Sagen sie bei der Armee auch. Sergeant, meine Schießdinger sind alle leer. Oh Gott. Ich stelle mir das gerade vor, wie der irgendwie so voll der harte Soldat hat. Das ist so hart, was geht da so. Oh Gott. Ich muss mal gerade was trinken, ey. Ja, das mache ich auch mal. Mit Kohlensäure, ne, du trinkst ja nicht mit Kohlensäure, ne? Ne, Tee ohne Kohlensäure. Nein, nicht du. Das ist aber mit Kohlensäure hier. Was hast du? Mit Kohlensäure. Sehr vorbildlich. Ist aber Apfel, Waldfrucht, Schorle. Ja, das ist okay, aber ich mag keine Leute, die Sachen ohne Kohlensäure trinken. Ja gut, bei Tee schon. Ja, bei Tee, außer bei, aber ich meine bei Mineralwasser, wenn ich ja so Leute kennenlerne, die... Mineralwasser ohne Kohlensäure trinken, die finde ich ja schon mal von Grund auf nicht so sympathisch. Also bin ich nicht so sympathisch? Doch, du schon, dich kenne ich ja, aber. Ja gut, du kennst auch andere, die das trinken und die sind nicht sympathisch. Richtig. Was nehme ich denn jetzt? Die mag ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Da gibt's schon voll unsympathische Leute. Ja, versuchst du nochmal, Nidl, oder willst du lieber mal Shadow nochmal probieren, von Anfang den Einer? Bei Shadow bin ich ja wohl nicht mal zum Dings gekommen, oder? Mal versuchen, ne? Vielleicht klappt's jetzt besser. Jetzt bist du ja nicht mehr so aufgeregt. Ja. Wisse. I.A. Macht der Esel. Die immer mit ihren Spikes, als hätten die sie doch sparen können. Nee, das heißt ja, du die nix, worüber dich ärgern könntest. Du musst mal so sehen. Du musst es so sehen. So. We cannot allow, that everybody do's as he pleases. In, 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 in my homeland, Baden-Württemberg, we all sit in one boat. Günther Oettinger. I hope we have a little bit lucky. Ja. Ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Das war eben lauter Matthäus, was von mir. Ich weiß nicht, was deins ist, weiß ich jetzt nicht. Was? Was? Ich denke, aber du bist tot, aber da ist ja noch ein Boden. Ein Boden. Er zeigt zum Boden, nicht zum Hoden. Mein Auge juckt. Das tat gut. Das hätte ins Auge gehen können. Der war gut. Nein! Es geht, es geht. Ach, Mensch. Ach, Mann. Ich will das nicht alles immer von vorne machen. Das ist totale beschissene Scheiße. Beschissene Scheiße. Das ist ja eigentlich schon, wenn man Scheiße bescheißt, ist das ja schon eigentlich beschissene Scheiße. Du, wie war das noch, du, du verfickter Kack-Hurendrache. Das ist so geil. Du kleiner, verfickter Kack-Hurendrache. Strom. Fuck. Was mache ich denn hier für ein Kack? Strom aus Blue. Da steht Strom. Strom aus Blue. Das müssen wir Jule echt mal zeigen, das Lied. Das ist im Prinzip ein, ein YouTube-Kacke in ein Lied gefasst. Ja, von Dave. Von, von mir. It could give you. Maybe. Das klang gerade wie bei der Rügenweiler Werbung. Das hat sie vorhin schon mal gemacht. Ich liebe diesen Film. Und ich liebe euch. Ich euch auch. Aber man weiß nicht, ob die Jule uns auch liebt hat. Weil die sagt dann nie was zu. Jule mag uns gar nicht. Ich bin hier etwas mit Jule beschäftigt. Da musst du leider entschuldigen. Ja, ich glaube, Jule mag uns auch. Ich dachte, du sagst uns einfach nur mal kurz, dass du uns auch liebst. Ich mag euch. Ja, mögen. Immerhin. Ich mögen euch. Okay. Geht schon. Ja, lieben kann ich ja nicht sagen. Ja schon. Ich habe euch lieb, kannst du sagen. Du sollst uns ja nicht so lieben. Du kannst ja sagen, ich habe euch lieb. Das geht doch. Ich habe euch lieb. Ja. 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 Was war denn hier gut bei dem? Spark, ne? Ich glaube schon. Ja, Spark war das. Die können von den Dingern... Ach, das ist ja fies. Ich dachte, da muss man einfach nur drüber springen. Ja, du musst ja auch drüber springen. Nein, aber dass die auch da von den Wirbelstürmen abgewehrt werden können, die Schüsse, ist natürlich besonders fies. Aber an sich, muss ich sagen, ist das schon ein cooler Boss. Ja. Mit denen, es waren vielleicht tot. Wenn Jule gut ist, ist er gleich gut. Oh. Nimm den Container, ist egal. Besser ist. Habe ich wahrscheinlich eh nicht gebraucht jetzt. Weil ich drehe mich rum, schieße den einmal an und dann ist er fertig. Ja, mhm. Ne, Spark meines alle. Aha. Ist sowieso so Nidl. Nidl. War Nidl, ging Nidl bei dem? Ja, einigermaßen, ja. Ja, besser als nischt. Da siehste. Sisse, wurd's getrofft. Sisse, mal. Getrofft. Mhm. Alles richtig gemacht. Okay. Ist der voll? Nein, ist er nicht. Richtig. Ich habe verstanden, nein, sandig. Ist der voll? Nein, sandig. Oh Mann. Oh Mann. Spreche ich so undeutlich? Nein, manchmal hast du so einen kleinen Hang zum Luscheln. Das macht dich aber sympathisch. Das liegt, das liegt, äh, an meinem schiefen Mund. An deinem schiefen Mund? Was für ein schiefen Mund? Ich habe festgestellt, dass ich einen schiefen Mund habe. Mund, Dave, nicht Hund. Ja, ja, ihr habt das schon verstanden. Ich schicke dir mal mein... Das ist mir jetzt echt nicht aufgefallen. Und selbst wenn... ...mein neues Passbild. Macht ja nix. Ich schicke dir mal mein neues Passbild, macht ja nix. Das kannst du gerne machen. Das macht ja nix. Julia. Ja. Das erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an Super Mario Land. Da gibt es nämlich auch ein Level, wo ich mich immer so oben an der Decke so habe per, äh... Jo, weil da einfach nix passiert. Schleichen lassen. Ja, und dann kam aber am Ende doch was. Ja, ja. Und dann durfte ich nicht mehr obenrum mehr. Das war voll fies, das Level. Da habe ich dir, glaube ich, einen Kommentar geschrieben, dass da mit dem Pfeil, dass da dann so ein Hidden Block ist. Weiß ich gar nicht. Muss ich noch mal gucken. Da war ja so ein Pfeil, der nach oben gezeigt hat. Und da drüber war so ein i-Tüpfelchen. Ja. Da hattest du irgendwie... Ah, ich habe noch gesagt, da ist dieser Pfeil, ne? Ja. Das habe ich, glaube ich, noch gestartet. Aber ich habe da nix gefunden. Ja, weil du bist schief hochgeflogen. Ja, ich bin einfach doof. Ja, echt, ey. Alex hätte das natürlich wieder gewusst. Nee, ich kenne den zweiten Teil. Ja, 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 ja. Den zweiten Teil habe ich damals so übelst heftig gesuchtet. Also kannst du mir helfen, wenn ich mal irgendwo nicht weiterkomme? Das ist doch schon mal gut. Ja. Das ist toll. Wobei ich dir mit, äh, mit den Geheimgängen und sowas nicht so helfen kann. Sag mal. Nee. Ja, dann halt nicht. Was denn? Hättest du Lust, da Gastkommentator zu sein? Bei Super Mario Land 2. Wenn du da noch nicht durch bist, dann ja. Nein, ich bin noch nicht durch, nö. Ach nö. Nö, doch nicht. Ja, ist das okay. Och nö. Och nö. Wenn man das erstmal sacken lässt, dann entscheidet man sich meist noch irgendwie anders. Das klang aber eben so cool. Also wenn du das hast, kannst du gerne dabei sein. Och nö. Och nö. Fuckin doodle doo. Ach genau. Fällt mir gerade auch wieder ein. Ich hab mit dem Dennis ein kleines Let's Play-Abquatsch, was wir irgendwann mal machen. Und zwar ein Real-Life-Let's Play, wo wir etwas mit Lego bauen. Okay. Lego Duplo? Nein, Lego. Och man. Wie, oh man. Ich mag Lego Duplo. Lego Duplo war doch nur für die... Ja und? Unfähigen Kinder. Hey, ich hab immer mit Lego Duplo gespielt. Ja, du bist ja trotzdem nett. Ich treff den Penner nicht. Naja. Wir müssen halt nur irgendwie an das Zeug kommen, aber kriegen wir hin. Das klingt wie so ein Junkie irgendwie.